willkommen zurück zu let's play fortnite die letzte folge für diese woche wir starten gleich ins spiel mal gucken was uns erwartet ihr habt wahrscheinlich schon die folge von heute morgen gesehen oder guckte gerade und guckte diese jetzt ihr habt gesehen wir haben glaube ich drei kills vier kills gemacht aber auch nicht so super mal gucken ob es jetzt besser wird ich hoffe es mal so dann wollen wir mal natürlich das gleich wir laufen mal nach da oben okay wir sehen auf der karte fliegen schräg an unseren golfplatz vorbei also zum golfplatz haben wir zum golfplatz so und los geht's nämlich ausspringen ja wo wollen wir denn mal hin brauchen wir in dieses city da war auch noch nie glaube ich ja fliegen wir mal dahin ein jahre ford night yippie und gucken gleich springen ab oder warum man die city dahinter ach wie fliegen die hier ja ein paar sind auch unterwegs doch das ist doch die wo vorhin gleich gekillt worden wir brauchen eine waffe gibt uns eine waffe dann nehmen wir erstmal an trank dass erstmal ein bisschen rüstung haben immer zu machen okay und okay ich muss eigentlich mal gucken, wo müssen wir denn hin? Ach, wir sind mitten drin, das ist okay. Ja, das war klar, voll in den Rücken geschossen, der Sack, voll in den Rücken, oh man, ja komm, gleich verlassen, dann gehen wir, machen wir es gleich mal besser, oh, wir haben nicht mal einen Schuss abgefeuert, ne? Uh, das ist echt bitter, das ist echt bitter, 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 Belohnung einsammeln, jawohl. Was ist das denn? Bitte, Stufe 8, okay. Okay, wir gucken einfach, was jetzt kommt. Ah, das lebe in Team-Modus länger als deine Gegner. Eliminiere Gegner mit der Pistole. Das schaffen wir nie, wie der Pistole. Der schießt uns bestimmt gleich voll ab. Ah, seht ihr mal, hier wird erstmal der Bus gewartet, das ist auch schon mal gut. Kann man den ja nicht zerstören, ey. Was liegt denn hier schon, das Blaues, ne? Uh, die Wumm ist auch geil. Und in 6 Sekunden geht's los. Und los geht's. Ey, direkt wieder über unseren Golfplatz, ne? Direkt wieder über unseren guten Golfplatz. Dann machen wir uns einfach mal wagen. Komm, wir wagen. Hier ist nur Munition, oder? Ne, da liegt auch irgendein. Laufen noch mal weiter. Was finden wir hier noch? Okay, der wollte nur Golf spielen. Es explodiert echt gut. Ich gucke mal kurz auf der Karte. Oh, hier müssen wir hin. Ich kriege mal ein Fahrzeug. Ich kriege mal kurz auf der Karte. 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 Und 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 ich kriege mal kurz auf der Karte. ich sehe auch so voll nix man ok hoffentlich stoppt gleich sie haha so und weiter geht's naja ein keller mal gut der wollte sich glaube ich eigentlich selber umbringen oder gibt es einen erfolg wenn man golf spielt und ein und ein loch trinken noch mal kurz was so und es geht schon direkt weiter spielersuche läuft so jemand kommt gar nicht hinterher verstehe auch gar nicht warum die teilweise mal schon rumlaufen sagt vom kann töte den frosch töte den frosch töte den wieder drücken du glück gehabt so geht es dann diesmal lang zum schluss ist wieder da fliegen wir diesmal nicht hin auch mal hier entfliegen fliegen wir mal dahin können ja nicht immer zum golfplatz ist ja dann auch irgendwann langweilig so gucken wir mal wo wir landen ist da irgendwas komm wir fliegen auf das dach oder auch nicht uff hee hee zwillingswaffen sehr schön was ist das denn so 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 müssen wir hin aber wir sind dran ist okay wir können ja noch mal kurz ein bisschen durch das haus gucken vielleicht finden wir noch was anderes sonst nichts Fangen wir mal wieder zu. So. Das ist auch noch eine Waffe. Und hier nehme ich nur das mit. Gucken wir mal schon ins nächste Haus. Wird schon wieder so leise, ich merke das schon wieder total. Die können wir auch mal mitnehmen. Okay. 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 Das ist der Hinterausgang. Toll. Das ist die Speicheroptimierung. Aktiviert. Sehr schön. So. So. Wie sind sie denn alle? Das ist ja immer noch kein Schuss abgefeuert. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Neue Schlacht auf in die Schlacht, aber haben wir eigentlich eingekillt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube gerade haben wir gar keinen gekillt. Aber ihr merkt, ich werde immer so ein bisschen leise, wenn ich mich echt konzentriere. Aber das schalten wir noch ab, versprochen. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, es ist Mittwoch. Der Mittwoch ist schon fast vorbei. Ja gut, es ist 18 Uhr. Der Folge kommt um 18 Uhr raus, Mitte der Woche. Ich bin auch wieder arbeiten. Der Urlaub ist vorbei. Was soll man machen? Ja, warum sind die denn da schon am Bauen? Das verstehe ich nicht. Hey, du Sack. Naja. Die Waffe ist auch Mist. Die Waffe ist so Mist. So, hauen wir nochmal einen Baum um oder auch nicht. So, geht es denn diesmal lang. Machen wir mal so richtig Action. Kommen wir nochmal so richtig Action. Direkt in die erste Stadt rein. Ach, das ist die auch mit dem Fußballplatz. So, nicht auf dem Platz die Kiste. Nicht auf dem Platz die Kiste. Oder auch nicht mehr. Los, rein mit uns. Zack. Toll. Nix hier. Muss auch irgendwas sein. Das ist auch wieder nix. Naja, eine Waffe. Ein bisschen Verbände. Hinter was. Nein. Hier ist was. Ein bisschen Position. Ach so, wer ist der Keller? Gut, ich dachte, das wäre ja gut. Kann auch nicht der Keller sein. Ach, da müssen wir da wieder nix. Das geht noch. Entschlar, ich glaube. Okay. Nein! Okay. Er war einfach besser als hier. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Der Fortnite Mittwoch ist zu Ende. Bis zur nächsten Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kommentiert. Feedback wäre immer gut. Daumen nicht vergessen. Ein Abo wäre auch mal ganz toll wieder. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss bei BurgernLP. Let's play Fortnite. Auf Wiedersehen.